Meine Damen und Herren, in diesem Video möchten wir Ihnen kurze Informationen geben zu dem Projekt Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz oder kurz KULADIC-RLP. Dieses Projekt ist ja auch Gegenstand unserer Webseite und wir wollen es Ihnen in einer kurzen, knappen Form mal darlegen. Das ist unser Projekt Team. Von links nach rechts sehen Sie Michael Klemm, Florian Weber und Matthias Dreyer. Michael Klemm und Florian Weber sind die zuständigen Projektleiter bzw. Mitarbeiter an der Universität in Koblenz. Matthias Dreyer ist Referatsleiter an der Strukturen- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt und zugleich auch der KULADIC-Koordinator für Rheinland-Pfalz. Wir drei zusammen leiten das Projekt. Sarah Krieger und Larissa Rack sind die studentischen Hilfskräfte, die uns dabei unterstützen. Den Kontakt zu uns können Sie am besten herstellen über die Mailadresse kuladic-rlp.uni-koblenz.de. Über diesen Weg erreichen Sie immer alle im Projektteam. Und die Webseite kuladic-rlp, auf der wir uns ja auch gerade befinden, die ist dafür zuständig, die wesentlichen Informationen zu bündeln oder auch die möglichen Informationen bereitzustellen. Eine kompakte Information finden Sie in unserem Projekt Flyer. Der ist ebenfalls hier zum Download auf der Webseite. Da haben wir die wichtigsten Sachen zusammengefasst, vor allem auch die Kontaktadressen. Aber viel mehr Informationen und vor allem auch Beispiele, Modelle und vieles weitere erfahren Sie eben halt über unsere Webseite kuladic-rlp.net. Ja, was wollen wir? Was sind unsere Hauptaufgaben im Rahmen des Projektes? Zum einen geht es darum, bereits vorhandene rheinland-felsische Daten, die in Kuladic, also in Kulturlandschaften digital, in dieser Informationsplattform des Landschaftsverbands Rheinland bereits vorhanden sind, diese zu sichten und gegebenenfalls auch nochmal zu optimieren. Das geht zum Beispiel, um so ein paar Themenbereiche zu nennen, um die am oberen Mittelrheintal befindlichen Kommunen und deren Einträge, weil wir ja 2029 die Bundesgartenschau in dieser Region haben werden. Und da ist natürlich sehr sinnvoll, dass im Vorfeld der Buga diese Daten, die dort befindlich sind und genutzbar gemacht werden können, wie Touristen zum Beispiel, nochmal überprüft werden im Hinblick auf ihre Vollständigkeit oder auch ihre Angemessenheit. Ein anderes Projekt, das ist der rheinland-felsische Limes. Es gibt derzeit in Hessen Bemühungen, um eine hessische Limes-App, die Informationen aus Kuladic dort generiert. Und da ist die Idee, das eben fortzuführen mit dem rheinland-felsischen Teil des Limes, um das ebenfalls mit Kuladic zu machen. Und ein weiterer Punkt ist, dass es eine ganze Reihe von Dorferneuerungsprogrammen gibt und bescheiden dazu, die verbunden sind damit, dass eben die Kommunen, die gefördert werden, auch Kuladic-Einträge produzieren. Auch da wollen wir unterstützen und optimieren. Im Kern geht es aber darum, eigene Daten zu erheben und einzupflegen. Das ist das, was wir jetzt seit 2019 machen. Zunächst letztes Jahr in neun Pilotkommunen, die wir selber ausgesucht haben. Und ab 2020 über eine Ausschreibung, die wir machen, wo sich alle rheinland-felsischen Kommunen bewerben können und wir dann entsprechend jeweils etwa zehn Kommunen pro Jahr aussuchen können. Das Dritte ist, dass wir bereits aktive Kommunen, die in Kuladic schon was gemacht haben, die dabei sind, selber auch Einträge einzustellen, unterstützen. Und dass wir dementsprechend dann auch Beratung oder Supervision geben. Das betrifft zum einen auch solche Kommunen, die in Dorferneuerungsprogrammen gefördert werden, aber auch welche, die sich selbstständig bereits darum kümmern, ihr kulturelles Erbe zu digitalisieren. Und letztens ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir im Laufe des Projektes Verfahren entwickeln, Qualitätsstandards, Leitfäden, denn wir wollen auch eine Nachhaltigkeit erzielen. Das heißt, auch nach Projektende soll etwas übrig bleiben, was den Kommunen insgesamt in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit gibt, eigenständig Projekte mit Kuladic durchzuführen, also das kulturelle Erbe ihres jeweiligen Heimatortes, so aufzubereiten, dass es digital zur Verfügung steht. Weitere Details dazu gleich noch. Ja, ein Anliegen, was wir in unserem Projekt haben, ist die kulturelle Vielfalt, die besondere kulturelle Vielfalt der Kommunen in Rheinland-Pfalz systematisch erfassbar zu machen. Rheinland-Pfalz ist eine der Bundesländer mit der feinklittrigsten Art von kommunaler Struktur. Das heißt, wir haben sehr viele kleinere Kommunen, aber alle haben ihr eigenes kulturelles Erbe, ihre eigene Mundart, ihre eigenen Wurzeln, ihre geschichtlichen Hintergründe, ihre Objekte. Und das ist deswegen ein Anliegen, diese Vielfalt und Kleinklidrigkeit auch darzustellen. Und das geht aus unserer Sicht sehr gut, indem man diese kulturellen Objekte zum Beispiel in Kuladic darstellt. Und das wollen wir aber auch machen für Einheimische wie für Außenstehende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, man nennt es auch Kommunalentwicklung von unten. Es geht uns also darum, in erster Linie das, was vor Ort bereits vorhanden ist, zu stärken. Den Eigenantrieb, die Identifikation zu stärken und zwar für Alteingesessene und Zugezogene. Also das basiert auf dieser Grundlage eines eher modernen Heimatkonzeptes, das nicht mit reiner Bewahrung oder mit Ausgrenzung oder was auch immer arbeitet, sondern eben mit der Frage, wie können wir das, was wir hier vor Ort vorfinden, für die Gegenwart und für die Zukunft aller dort lebenden Menschen nutzbar machen. Also Tradition bewahren, das ist sicherlich der Hintergrund des kulturellen Erbes, aber vor allem, um damit Zukunft gestalten zu können. Und das heißt, Projekte, Diskussionen anzustoßen in diesen Kommunen, um also auch nachhaltig wirken zu können. Aber auch zum Beispiel um das, was vorhanden ist an Engagement in diesem Bereich. Also zum Beispiel der Ortsgrundist, der Leiter von Museen, die Stadtführer oder Ortsführer, die es gibt, um diese Menschen, die schon sehr viel leisten und das meistens ehrenamtlich machen, sichtbarer zu machen, ihnen eine größere Anerkennung zukommen zu lassen. Und Nachhaltigkeit, habe ich auch schon gesagt, ist ein wichtiger Punkt, weil es darum geht, dass wir nicht nur die Kommunen, die wir fördern können im Rahmen des Projektes, ermuntern wollen, ihr kulturelles Erbe zu digitalisieren, sondern eben halt weitere Kommunen. Und für die vor allem wollen wir dann Leitfäden und Kriterien heranbringen, die eben zur Selbsthilfe helfen können, dass man im Endeffekt im besten Falle eine Kommune selbst tätig werden kann und auf der Grundlage unserer Handreichungen, Leitfäden, Best-Practice-Beispiele, Modelle dann später selbst auch Kuladik nutzen kann, um das eigene kulturelle Erbe zu digitalisieren. Wir hatten 2019 neun Pilotkommunen ausgewählt. Hier sehen Sie die Lage. Daran kann man schon erkennen, dass es einigermaßen weit verteilt war über Rheinland-Pfalz. Und wir uns bemüht haben, auch entsprechend verschiedene Regionen zu erreichen. Wir wollen auch im gesamten dreijährigen Projektzeitraum möglichst alle Bereiche von Rheinland-Pfalz dann insgesamt abgedeckt haben. Diese Kommunen sind sehr unterschiedlich. Man sieht schon nach Region, aber auch nach Größe, nach ihrer Charakteristik. Also zum Beispiel, ob sie jetzt eher touristisch orientiert sind, ob sie eher vielleicht aus dem Bereich der Wirtschaft kommen, ob sie an einem Fluss liegen oder ob sie vielleicht eher geprägt sind, wie bei Kellberg, etwa durch die Vulkaneifel und eine etwas auch vielleicht rauere Landschaft. Nach ihren Zielen, ob sie zum Beispiel das, was sie hier in Kuladik entwickeln, für touristische Zwecke verwenden wollen oder für die Identitätsstiftung vor Ort oder um Dinge sichtbar zu machen, die bisher noch nicht genutzt werden konnten für die Einheimischen. Und von der Größe her kann man schon sagen, also etwa Bobental, ganz unten im Süden, hat weniger als 300 Einwohner. Zwei Brücken, das war 2019 die größte Kommune, hat über 35.000 Einwohner. Da dazwischen lagen also sozusagen die Spannbreite, kann man sagen, an Größenordnungen. Zudem waren diese Kommunen sehr unterschiedlich gewesen in Bezug auf ihre Erfahrung mit Kuladik. Es gab zum einen erfahrenere Kommunen, das waren vor allem Kellberg, Dörrbach und Maikammer. Es gab aber auch welche, wo es kaum oder gar keine Objekte in Kuladik gab und dementsprechend waren das Neueinsteiger. Und das war uns auch da wieder sehr wichtig, denn was wir machen wollen, ist Modelle zu entwickeln für alle möglichen Kommunen, je nachdem, was sie für eine Charakteristik eben haben. Und dementsprechend war es uns recht, dass wir vor allem so unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen mit Kuladik vorgefunden haben. Das heißt dann aber auch, wenn sie so unterschiedlich sind, muss man die Kommunen auch sehr individuell behandeln. Das heißt, es geht darum, eine Konzepterstellung zu machen, die für jede Kommune angepasst war und die Zielsetzung entsprechend auch individuell zu gestalten. Auf der einen Seite übergreifende Sachen zu entwickeln, also Modelle und Leitfäden. Auf der anderen Seite für jede Kommune das zu finden, was für ihre Zwecke im Rahmen des Digitalisierens des kulturellen Erbes am sinnvollsten ist. Das war so die Herausforderung. Und wichtig war aber auch immer deutlich zu machen, es geht nicht darum, dass wir als Projektteam die Arbeit abnehmen, sondern es geht darum, dass wir als Projektteam unterstützen, was es bereits an Arbeit gibt. Das heißt eben sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe. Es muss immer das Projekt der Kommunen selbst vor Ort bleiben, das von uns unterstützt wird. Und wir brauchen deswegen auch feste Partner und nachhaltige Strukturen. Darauf werde ich gleich noch etwas genauer eingehen. Das waren dann die einzelnen Teilkonzepte und Projekte, die wir entwickelt haben. In 2019, hier sieht man also etwa bei Bobenthal, war das geprägt durch die Lage, nämlich an der Wieslauter, die gleichzeitig ein Grenzfluss ist zwischen Deutschland, Frankreich oder Rheinland-Pfalz und Elsass. Und diese Prägung wollten wir da entsprechend abbilden, auch in unserem Konzept. Bei Deidesheim ist es die Weinkultur, die Weinkulturgeschichte. Und der Aspekt der Nachhaltigkeit, ein Begriff, der, seitdem es sozusagen Nachhaltigkeit in Deidesheim gibt, doch noch gar nicht geprägt war. Das heißt, hier haben wir also eine Sache, die sehr aus der Tradition der Weinkultur herausgekommen ist. Bei Deides, da gab es viele Optionen, eine sehr interessante, vielfältige Stadt. Und die Idee war zunächst einmal, die Orania-Stadt Deides herauszuarbeiten, also das kulturelle Erbe der Orania, der Nassauer, die sehr prägend waren für diese Stadt und für die Region. Und das entsprechend in einer digitalen Darstellung darzubieten. Dörrbach, wie schon eben gesagt, ein Ort, ein kleiner Ort mit sehr vielen Einträgen für Kuladik aus einer früheren Phase. Und da war die Idee zum einen, diese Objekte und Einträge zu optimieren, auf der anderen Seite aber auch etwas Gemeinsames zu finden, was sie verbindet. Und eine Verbindungsmöglichkeit ist etwa die Religion, denn da gibt es eine Reihe von Kirchen, aber auch zum Beispiel ein jüdischer Friedhof ist dort. Und vor allem ist es ein Kreuzungsort für den Jakobsweg oder für Pilgerwege. Und dementsprechend spielt das Thema Religion eine große Rolle und sollte da entsprechend thematisch ausgebaut werden. Kamp Bornhofen im Mittelrheintal ist geprägt durch seine Flößer- und Schiffergeschichte und dementsprechend haben wir auch da versucht, diese Thematik darzustellen. Unter anderem gibt es da auch ein entsprechendes Museum, was man nutzen konnte. Kellberg war in dem Sinne etwas Besonderes, dass man hier versucht hat, eine historische Figur, die sogenannte Kamillentraut, darzustellen, die von 1880 bis 1960 lebte. Es gibt dazu einen recht erfolgreichen Roman. Und die Idee war gewesen, diese Person, den Roman, zu verbinden mit dem, was man nennen könnte, multimediale Sozialgeschichte, also an der Lebensgeschichte dieser Person, die Sozialgeschichte der Vulkaneifel herauszuarbeiten. Also auch zum Beispiel das Thema Armut und viele andere Dinge, die da eine Rolle gespielt haben in dieser Region. Maikammer, das war die Idee, mal was anderes zu machen als diese Weintradition, für die Maikammer ja auch steht, sondern eher mal Industrie und Sozialgeschichte sichtbar zu machen, am Beispiel des Emaierwerks der Gebrüder Ulrich, also bei einem anderen Akzent zu setzen. Saarburg ist sehr geprägt vom Wasser, zum einen natürlich von der Saar, zum anderen aber auch von einem kleinen Flüsschen namens Leuk, das mitten durch die Stadt fließt und das schon vor vielen Jahrhunderten umgeleitet worden ist. Das ist sehr vorausblickend, könnte man sagen, mit dem also zum Beispiel Wasserenergiegewinnung verbunden war oder aber auch das Leben der Gerber und der Fischer am Fluss oder auch zum Beispiel eine Glockengießerei, die ohne den Transportweg Saar nicht in der Lage gewesen wäre, diese bleischweren Glocken zu transportieren. Und Zwerbrücken zuletzt, wie gesagt die größte Stadt, die wir betreut haben letztes Jahr, das ist ein Beispiel dafür, dass man sich auch da wieder fokussieren muss, was macht man in so einer Stadt, was kann man hervorheben und es wurde schnell deutlich, dass zum Beispiel das Landgestüt zwar eine große Tradition hat, es waren nur 65 Jahre, aber bisher in der Außendarstellung noch nicht so einen großen Rollenwert bekommen hat und hier war dann die Idee, das mal in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig so etwas wie das Kulturgutpferd, also eine ganz andere Art von kulturellem Erbe herauszuarbeiten und das gleichermaßen auch noch mit der Herausforderung verbunden, dass das Gestüt nicht mehr in seiner alten Bausubstanz vorhanden ist, sondern eigentlich heute ein modernes Landgestüt ist, aber auf der Tradition bauend von 265 Jahren. Daran sehen Sie schon, wie groß die Bandbreite bei dieser Teilbrücke 2019 gewesen ist und das ist typisch, glaube ich, für unser Projekt, dass wir versuchen, eine Vielfalt von kulturellem Erbe abzubilden und in jedem Ort, wie gesagt, ein Konzept zu entwickeln, was für diesen Ort speziell interessant ist. Ja, was machen wir damit? Was sind die Nutzen, die wir für die Kommunen versuchen herauszuarbeiten? Das eine kann man vielleicht nennen, erlebbar machen in den Wertsätzen des kulturellen Erbes. Generell verfügt jede Kommune über kulturelles Erbe, aber es ist oft eben nicht sichtbar. Es ist vielleicht noch im Rahmen von einem Museum vor Ort vielleicht noch erfassbar oder es gibt vielleicht eine Hinweistafel, aber sichtbar im Sinne von digital sichtbar, der Öffentlichkeit überall verfügbar, ist es dann oft nicht. Und das wäre halt die eine Idee, zu versuchen, dieses kulturelle Erbe überhaupt erst mal digital sichtbar zu machen, indem man es in eine entsprechende Datenbank einpflegt, die man abrufen kann. Zum anderen dabei auch thematische Zusammenhänge herzustellen, also zwischen diesen verschiedenen Einzelobjekten, die man hat, so etwas wie Geschichten zu erzählen. Es soll aber auch dienen in der kommunalen Entwicklung. Das ist auch eine der Wurzeln von Kuladig als Plattform, nämlich Entscheidungshilfen zu liefern bei Projekten, etwa der Dorferneuerung, Stadtplanung, der Entwicklung von Kulturlandschaften, auch der Bewahrung von Kulturlandschaften. Also auch für Politiker im Prinzip Möglichkeiten zu bieten, sich herauszuarbeiten, was ist denn da eigentlich traditionell im Hintergrund und welche kulturellen Erbes gilt es denn zu bewahren. Klar, der Bereich Tourismus, Stadtmarketing ist ein sehr wesentlicher Bereich. Es geht also darum, auch diese kulturellen Erbe auch in irgendeiner Form für den Tourismus, für die Außenstehenden nutzbar zu machen. Aber Bildung finde ich eben auch einen wichtigen Aspekt, der oft vergessen wird. Man kann nämlich dann zum Beispiel diese Sachen auch einbinden in Grundschulen und Kitas, generell in Schulunterricht oder in die Erwachsenenbildung vor Ort. Man kann zum Beispiel Führungen organisieren auf dieser Grundlage und viele, viele andere Dinge. Und letztens, was uns auch ein großes Anliegen ist, ist das bürgerliche Engagement in den Kommunen zu stärken. Also auch gerade dieses ehrenamtliche Engagement. Denn ohne das kommt keine Kommune vor Ort eigentlich aus. Und vielleicht sogar damit weitere Objekte und Projekte des kulturellen und bürgerlichen Engagements anzustoßen. Also eine ganze Reihe von Zielen, die wir haben und möglichen Nutzen, die wir versuchen in diesen Projekten umzusetzen. Wie gehen wir generell vor? Ganz grob kann man sagen, es geht zum nächsten Mal darum, Objekte zu finden. Das heißt, Objekte des kulturellen Erbes, die vor Ort relevant sind, die für die Bürger selbst von Bedeutung sind, auf die sie stolz sind, könnte man auch sagen. Und diese Objekte müssen wir erst mal sammeln, indem man sie einzeln erfasst. Dann muss sie dann digital aufbereiten und verarbeiten. Das heißt zum Beispiel verbinden mit Fotos, heißt aber auch Texte zu schreiben, die dann in Kuladik eingearbeitet werden können. Und dann diese Texte wiederum zu einem Gesamtkonzept zu verbinden, zum Beispiel im Rahmen eines Tourismuskonzeptes oder indem man sie mit entsprechenden Plaketten und Schildern an Orten sichtbar macht, verfügbar macht, etwa bei QR-Codes und solche Dinge dieser Art. Das heißt also, zunächst mal ist diese erste Idee, Objekte erfassen, sie verarbeiten, sie verbinden, dass man sie digital mit dem Smartphone zum Beispiel nutzen kann. Dann geht es aber auch um die Erlebbarmachung. Das heißt also, das, was man an den Daten eingepflegt hat, im ersten Schritt muss man nun natürlich auch in irgendeiner Art von Nutzung verfügbar machen. Das geht zum Beispiel am besten, indem man die Webplattform Kuladik verwendet, indem man zum Beispiel über einen QR-Code, den man generiert, über das Smartphone, was man vor Ort nutzen kann, dann diese Informationen zu diesem Ort entsprechend auch herausarbeiten kann. Was man auch machen kann, sind Rundgänge, Routen, Fahrradwege zum Beispiel, viele andere Möglichkeiten der Verbindung von Einzelobjekten, die man auch immer wieder separat neu gestalten kann. Das heißt, es ist gut am Digitalen, man kann immer wieder neue Rundwege anlegen, thematische Rundwege zum Beispiel, und kann über den Weg zum Beispiel über eine Art von Navigationssystem die Interessierten von dem einen Objekt zum anderen Objekt führen und damit eine Verbindung herstellen, eine Erlebbarmachung herstellen dieses kulturellen Erbes. Also zum Beispiel in einem Ort, schaut sich über das Smartphone an, was in diesem Ort an kulturellem Erbe existiert. Man geht von einem Objekt zum anderen, man kriegt dann jeweils diese Informationen zu den einzelnen Objekten, aber auch vielleicht zu einem Themenobjekt, das heißt also auch zu einem Zusammenhang, wie wir es ja schon gesehen haben bei dem Thema etwa der Oranierstadt Dietz. Ja, und dann muss man natürlich das nochmal auch versuchen weiter zu vernetzen, das heißt, es ist eben nur Teil eines Gesamtkonzeptes des kulturellen Erbes. Zum Beispiel gibt es dann bestimmte Objekte des kulturellen Erbes, wie zum Beispiel alte Wegeskreuze oder zum Beispiel auch Bogen oder Abbaugebiete, wie zum Beispiel alte Werke, Bergwerke und so was, die gibt es halt an mehreren Ecken und Orten. Und man kann dann die wiederum über die Kommune hinweg regional verbinden miteinander und hat dann wieder auch zum Beispiel bestimmte Möglichkeiten der Vernetzung untereinander zwischen diesen einzelnen Kommunen. Auch das ist einfach möglich durch diese digitalen Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen. Es geht aber auch um sowas wie Verbreiten durch Veranstaltungen zum Beispiel, durch Führungen, historische Abende und so weiter und so weiter. Das heißt, auch da Vernetzung findet auf der einen Seite digital statt, auf der anderen Seite ganz menschlich, indem sich Menschen treffen und mit diesen Objekten eben was machen. Um mal Beispiele zu nennen, dass es ein bisschen konkreter wird, nehmen wir mal die Beispiele wie Maikammer, Kellberg oder auch Bobenthal. Hier in Maikammer sieht es zum Beispiel aus, wenn Sie einen QR-Code an einem Haus anbringen, mit dem Sie dann eben die Informationen aus dem Internet aufrufen können. Und dann wissen Sie eben, was für ein Haus das ist. Was Sie vielleicht interessant finden, aber nicht in irgendeiner Weise erklären können, dann finden Sie eben hier über den QR-Code mit dem Smartphone den entsprechenden Text. Oder was wir hier planen, etwas bei dem Kamillentrautweg in Kellberg, dass da eben halt entsprechend auch so eine Station jeweils geschaffen wird an diesem Weg mit ein paar Informationen oder auch mit solchen Figuren, die künstlerisch gestaltet sind. Und dass man darüber dann aber die digitale Information mit abrufen kann und eben über den Lebensweg, aber auch die Sozialgeschichte dort mehr erfährt. Oder als weitere Möglichkeit die Kula-Tour, also eine Art von Tourenfunktion, die in Kula-Dick in der App existiert. Etwa hier in Bobenthal am Radweg, der da durch das Dana-Felsenland nach Wiesembourg in den Elsass führt. Und da kann man sich eben halt auch navigieren lassen, kann sich Informationen geben lassen, indem man eben einfach nur das Smartphone anwirft und sieht, ah, da sind ja in Bobenthal, wo wir jetzt gerade hinkommen, eine ganze Reihe interessante Objekte. Die können wir uns ja dann entsprechend mal anschauen. Ja, 2020, dieses Jahr, haben wir also die Kommunen aufgrund eines Bewerbungsverfahrens ausgewählt. Auch hier sehen Sie wieder, haben wir uns bemüht, aus unterschiedlichen Teilen von Rheinland-Pfalz entsprechende Partnerkommunen zu gewinnen. Von Anweiler am Triefels bis Weitersweiler. Und mit diesen Kommunen sind wir jetzt seit März intensiv am Arbeiten. Und die Konzepte, die wir bisher haben, sind noch vorläufige Konzepte, aber auch daran erkennen Sie wieder den Versuch, sehr differenziert und wieder auf die einzelnen Kommunen vor Ort eingehend bestimmte Aspekte herauszuarbeiten und damit auch unterschiedliche Aspekte des kulturellen Erbes in Rheinland-Pfalz herauszuarbeiten. Also zum Beispiel bei Anwalt ist es eben das reiche Erbe der Stauferzeit. Bei Briedl ist es auf der einen Seite die Lage natürlich an der Mittelmosel und auch die touristischen Aspekte, aber verbunden eben mit der Arbeit eines Kulturvereins vor Ort. Und es geht da auch sehr stark um so etwas wie eine Siedlung unter klösterlicher Herrschaft. Also auch da wieder um mittelalterliche Geschichte. In Dattenberg hingegen ist es eher die Rohstoffgewinnung. Das ist der Basaltabbau, der eine große Rolle spielt. Da gibt es auch einen Wanderweg schon, den man verbinden kann mit eben halt den digitalisierten Inhalten des kulturellen Erbes in Dattenberg. Eisenberg ist ähnlich. Da gibt es eben halt das Thema Bodenschätze und Industrialisierung von den Römern bis heute. Auch das ist natürlich ein sehr weit gefasstes Thema und war für Eisenberg eben auch identitätsstiftend. In Helferskirchen, das ist interessant, weil es mehr so etwas ist, auch wie teilweise Oral History. Da gibt es schon vorherige Projekte zur Erfassung von kulturellem Erbe, vor allem Handwerk und alte Fertigkeiten. Die wurden in Videos aufgenommen. Da haben also diejenigen, die sich damit noch auskannten, erzählt, wie das Ganze stattgefunden hat und die Bräuche entsprechend dargestellt. Und das wollen wir auch digitalisieren und damit für eine größere Öffentlichkeit verfügbar machen. Höckrenzhausen lebt ganz stark von der Keramikverarbeitung im sogenannten Kannenbäckerland und etwa auch einem sehr anerkannten Museum. Auch da wollen wir versuchen, eine Digitalisierung herauszuarbeiten, und dass man da auch über Höckrenzhausen hinaus diese Art von kulturellem Erbe erfassbar machen kann. Ganz anders wieder ist Koblenz-Lützel, also ein eher arbeitergeprägter Stadtteil in Koblenz. Ein heterogener Stadtteil, der früher eine Vorstadt war und dann im Laufe der Zeit durch die Vergrößerung von Koblenz immer mehr in den Mittelpunkt gekommen ist. Sehr geprägt ist durch Migration, zum Beispiel schon frühe und heutige Migration. Und gleichzeitig aber auch ein Stadtteil, der eben nicht unbedingt für Touristen der erste Ort ist, an dem man sich Koblenz anschaut. Und auch da ist dann die Idee, es vor allem für die Einheimischen selbst zu machen, eine Aufwertung des eigenen Stadtteils zu erreichen, was man auch heute Influencing nennt, damit zu verbinden, also soziale Medien zu nutzen dafür. Also eine ganze Reihe von interessanten Aspekten, die sich eben mit zum urbanen Kontext beschäftigen werden. In lauter Ecken ist es das Geschlecht der Felderns und dessen Einfluss auf die Stadt, mit einem mächtigen Schloss zum Beispiel, was man herausarbeiten kann. Da geht es auch ganz stark wieder um die Frage, wie kann man das nutzbar machen, etwa auch für ein Tourismuskonzept. Main-Mendig, da gibt es einen Antrag auf Weltkulturerbe, Kulturgut Mühlstein, das Mühlsteinrevier in Main und Mendig. Und auch das ist natürlich ein Thema mit einer riesigen, langen Wirtschaftsgeschichte und sehr reichhaltigen Objekten und sehr vielen engagierten Menschen vor Ort, wo wir auch versuchen wollen, das Flankieren zu dem Antrag eben halt auch digitalisiert zur Verfügung zu stellen. In Weißenturm bei Koblenz geht es eher um die Art der Wirtschaftsgeschichte in verschiedenen Kommunen der Verbandsgemeinde, die sehr unterschiedlich sich aufgestellt haben, aber insgesamt doch eine Art von Wirtschaftsgebiet ergeben. Und das darzustellen wird auch eine große Herausforderung sein. Und in Weißenturm weiter, da ist es die Digitalisierung des bereits vorhandenen Wambolt-Nassauer-Wegs. Den gibt es schon in Schautafeln oder in Flyern, aber nun ist die Idee, das Ganze eben halt auch digital zur Verfügung zu stellen und damit auch wieder einen Schritt weiter zu entwickeln für Einheimische wie für Außenstehende. Also auch da sehen Sie, wir haben vieles vor, was wir in diesem Jahr versuchen wollen zu erreichen. Ja, was können wir leisten im Projekt? Wir unterstützen diese Kommunen immer durch inhaltliche und technische Kompetenzen, die wir besitzen und die wir unerkanntlich bereitstellen können, also zum Beispiel den Umgang mit der Plattform Kuladig, die Konzeptentwicklung, die Datenerhebung, die Aufbereitung der Daten, etwa auch multimedial, also mit Ton, mit Fotografie, mit Videografie und diesen ganzen Sachen, die Integration der Daten in die Plattform. Wir beraten kontinuierlich, besteuern und begleiten das Projekt in jeder Phase, die es da gibt. Wir versuchen aber auch Impulse zu geben, inhaltlicher Art, durch unsere langjährige Erfahrung mit dieser Plattform Kuladig und versuchen auch Expertenwissen heranzuführen, zu ergänzen, unter anderem in Workshops oder auch indem wir Experten mit den jeweiligen Kommunen vor Ort in Verbindung bringen. Und wir sorgen auch für die wissenschaftlich fundierte Qualitätssicherung am Ende der Beiträge, bis sie dann freigegeben werden können. Wir unterstützen die Kommunen personell, das heißt vor allem mit studentischen Arbeitsgruppen, die dann vor Ort diese Daten erheben, die Texte erstellen, Medien erfassen, wie zum Beispiel eben Fotografie und Videografie. Das wird sicherlich den Kommunen sehr helfen, wenn da also eben Personen vor Ort das noch ergänzen können. Wir helfen bei der Netzwerkbildung, indem wir Projektpartner vermitteln oder auf Programme hinweisen, den Austausch mit anderen Kommunen organisieren und so weiter und so weiter. Das Finanzielle spielt in diesem Projekt eigentlich keine so ganz große Rolle, aber wir haben immerhin so eine kleine Impulsfinanzierung, mit der man bestimmte Dinge machen kann. Also zum Beispiel vielleicht einen Fotografen engagieren oder jemand, der literarische Texte einspricht oder jemand, der sonstige Medien erstellt, wie ein Video zum Beispiel oder sonstige Dinge, die ergänzend für die Beiträge genutzt werden können. Und da können wir die Kommunen mit bis zu 1000 Euro etwa unterstützen. Und natürlich wollen wir auch helfen, bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei der gemeinsamen Webpräsenz, diese Sachen, die wir hier machen, auch sichtbar zu machen, was ja sicherlich auch einen Werbeeffekt für die Kommunen vor Ort jeweils haben sollte. Ja, zum Prinzip Netzwerken noch kurz. Wir haben auf der einen Seite den Kontakt mit dem Redaktionsteam von Kuladig mit dem Landschaftsverband Rheinland. Wir versuchen da auch immer wieder rückzumelden, was aus der Sicht der Kommunen noch ergänzenswert oder Entwicklungswert wäre. Wir haben eine noch einzurichtende Expertensteuergruppe, die unterstützen soll im Bereich von der Beratung, was das Projekt betrifft, die aber auch natürlich den Kommunen Hilfestellung geben könnte. Unter den Kommunen, den bis lang 20 Kommunen, gibt es entsprechend eine Vernetzung durch Veranstaltungen, durch die Webseite, die wir gemeinsam betreuen, durch Workshops und was auch immer. Dann die Vernetzung mit der Universität ist sehr wichtig, dem Institut für Kulturwissenschaft, was der Projektträger hier momentan ist. Und da geht es vor allem um so etwas wie Lehrprojekte oder Projektseminare, die wir durchführen und die dementsprechend dann eingeleitet werden von uns aus, wo wir dann eben die Studierenden in die Lage versetzen, eben diese Projekte vor Ort in den Kommunen durchzuführen, Kontexte zu erstellen, Daten zu erheben, Medien zu produzieren und so weiter. Das ist sicherlich für die Kommunen sehr gut, auf der einen Seite aber auch für die Studierenden gibt es nochmal für die eine Menge an Erfahrungsmöglichkeiten, die auch vielleicht für die Zeit nach dem Studium hilfreich sein kann. Wir machen Netzwerke mit den Institutionen vor Ort, das heißt, wir versuchen auch möglichst viele Projektbeteiligte vor Ort zusammenzubringen, dass also möglichst alle, die sich daran beteiligen können, auch da mitmachen und ein Netzwerk lokaler Art bilden. Und wir vernetzen mit verschiedenen anderen wissenschaftlichen und kommunalen Einrichtungen, zum Beispiel mit wissenschaftlichen Projekten, da sei unter anderem genannt das Projekt Regionalgeschichte.net in Mainz, was schon seit einigen Jahren eben in diesem Bereich sehr stark tätig ist. Und da kann man sich auch austauschen. Wir haben unterschiedliche Arten von Daten, die wir erheben und digitalisieren. Und da können wir sehr gut zusammenarbeiten und können natürlich auch im Kontakt herstellen von diesen Projekten, die es dann schon gibt, mit den Kommunen, die wir betreuen. Also eine ganze Reihe ohne dieses Prinzip Netzwerken wird unser Projekt nicht funktionieren. Ja, was die Kommunen leisten müssen, ist wahrscheinlich auch interessant für Außenstehende. Sie müssen ein Projektteam aufbauen in ihrer eigenen Kommune. Idealerweise sind da immer drei Bereiche mit verbunden. Das eine ist der Bereich Politik, also bestimmte Vertreter, die auch Entscheidungen treffen können oder zumindest die vorbereiten können. Dann der Bereich Wissen. Das sind also Menschen vor Ort, die sich eben sehr gut mit der Lokalgeschichte auskennen. Das können Ortschronisten sein, Museumsleiter sein oder auch vielleicht Lehrer oder was auch immer. Jedenfalls Leute, die sich schon längere Zeit mit diesem Thema beschäftigen. Und dann der Bereich Tourismus oder Stadtmarketing, je nachdem, wo es um Verwertungskonzepte geht und wie man das auch wieder umsetzen kann und wieder verfügbar machen kann für die Öffentlichkeit. Wenn alle drei Komponenten zusammenkommen, haben wir meistens sehr schlagkräftige Projektteams vor Ort. Die müssen jeweils zwei Hauptansprechpartner benennen, mit denen wir als Projektteam arbeiten können. Und wir müssen einen Austausch haben kontinuierlicher Art. Das geht dann meistens über Mailverkehr oder über unsere Plattform Kuladig, rlp.net, dass wir immer wieder halt in Kontakt bleiben und uns bei allen Fragen und Aufgaben jeweils unterstützen. Diese Kommunen müssen dem Projektteam einer Begehung vor Ort zeigen, was die Objekte sind, die ausgewählt worden sind, wie sie thematisch zusammenhängen, welches Konzept entwickelt worden ist, um diese Art von Themen, Geschichten zu erzählen. Sie müssen Materialien bereitstellen, die es bereits schon gibt, zum Beispiel Archivmaterialien, alte Fotos zum Beispiel oder Dokumente. Und die Rechte klären anhand, die sozusagen notwendig sind, um diese Sachen digital verwenden zu können. Also das ist schon einiges zu leisten im Vorfeld von unseren Begehungen. Und dann eben auch wichtig ist vor allem diese Konzeptentwicklung. Hier sieht man auch ein paar Fragen dazu, die dann so ein bisschen die Hausaufgaben sind für die Kommunen. Also welche Objekte, welche thematischen Schwerpunkte, welche Szenarien der Datenaufbereitung möchte man anstreben. Also zum Beispiel soll es ein Rundgang sein, soll es etwas sein für junge Menschen. Das ist vielleicht eher so etwas wie Spiel, Gamification. Soll es eher ein Bildungskontext sein, also eine Rundführung, zum Beispiel eine Stadtführung. Welche Zielgruppen und Verwertungskonzepte sind eigentlich angestrebt. Also etwa geht es um Gäste, geht es um Einheimische, geht es um die Wirtschaft, geht es um Kultureinrichtungen und so weiter und so weiter. Eine ganze Reihe von Fragen und das ist halt das Wichtige, dass die Kommunen selbst diese Fragen beantworten für sich. Und dann dementsprechend bei der Begehung und danach auch eben gemeinsam mit uns daraus ein Konzept entwickeln. Wichtig ist auch, dass die Kommunen die studentischen Arbeitsgruppen unterstützen, wenn die dann vor Ort sind, wenn die zu Besuch kommen. Das heißt, dass sie ihnen die Daten zur Verfügung stellen, Ansprechpartner, die Quellen, die Arbeitsmaterialien und so weiter und so weiter. Und auch die Öffentlichkeitsarbeit ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam machen können. Das heißt, dass zum Beispiel die Kommunen selbst auch dafür sorgen, dass eben das, was wir hier machen, der Öffentlichkeit sichtbar gemacht wird. Zum Beispiel über Berichte in der lokalen Presse oder über Websites und viele, viele andere Dinge, mit denen man arbeiten kann. Das sind also, wenn man so will, die Aufgaben, die die Kommunen jeweils zu leisten haben. Um noch kurz zu zeigen, wie das auch so stattfindet, das geplante Vorgeben für 2020, da wurden wir etwas von der Corona-Krise kalt erwischt, kann man sagen. Wir hatten noch, wie geplant, unsere Informationstreffen durchgeführt im Norden und Süden von Rheinland-Pfalz, wo wir dann jeweils die einzelnen Kommunen zusammengebracht haben, Anfang März 2020 müsste das stehen, sehe ich gerade. Und die interne Vorbereitung hat dann auch soweit stattgefunden, aber dann mussten wir die Begehungstermine von März erstmal verschieben auf jetzt Mai, Juni 2020. Da werden wir dann eben halt vor Ort sein mit dem Projektteam und werden zusammen mit den Kommunen jeweils die Konzeptionen erstellen und am Ende in einem schriftlichen Rahmenvereinbarungsvertrag sozusagen darlegen, fixieren. Dann machen wir ein Projektseminar, in diesem Projektseminar werden die Studierenden dann im Juni, sehr wahrscheinlich Juni oder Juli 2020, dann vor Ort sein und werden die Objekte entsprechend aufnehmen, Texte erstellen, Medien herstellen und diese ganzen Sachen. Und das wird dann entsprechend weiterentwickelt im Herbst 2020, indem man immer wieder an so einer Schleife zwischen Projektteam, studentischen Arbeitsgruppen und lokalen Ansprechpartnern versucht, diese Texte, die entstehen, so langsam zu optimieren, damit sie dann bis zum Jahresende in Kuladig freigegeben werden können. Die Freigabe erfolgt dann durch Matthias Dreyer als den Rheinland-Pfalz-Beauftragten für Kuladig. Und zwischendurch werden wir auch noch arbeiten in Workshop und im ständigen Austausch untereinander, um halt diese Schritte immer weiter gezielt vorantreiben zu können. Das ist soweit, wie wir in solchen Projekten arbeiten, wie das geplante Vorgehen hier stattfindet. Ja, soweit vielleicht ein Einblick in unsere Projektarbeit. Wir freuen uns sehr und gerade auch Kommunen, die jetzt vielleicht nicht von uns gefördert werden können im Rahmen unseres jetzigen Projektes, sind herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden. Wir haben auch einen eigenen Bereich auf unserer Webseite, wo es darum geht, Hilfe für Kommunen zu bieten. Gerade Matthias Dreyer ist da eben auch sehr aktiv als Rheinland-Pfalz-Koordinator und wir würden uns freuen, wenn Sie auf uns zukommen und mit uns gemeinsam daran arbeiten möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.